Am liebsten würde ich ja mitmachen, wisst ihr? Ich stehe auf sowas, aber... Legst du mich auch mal hin? Nein, er bleibt stehen. Das findet er viel cooler. Ich hab mich doch schon hingelegt. Wir liegen beide schon. Ich lieg schon auf dir drauf. Wir warten. Nur auf dich. Ja, ich brauch halt ein bisschen länger immer. Ich brauch ein bisschen länger. Aber mein anderes Problem ist, dass ich erst mal ein Bett finden muss. Ich hab glaub ich noch... Ja, ich hab immer eins dabei. Für die Notfälle. Notfallbett. Bad to go. Ist es grad Tag? Ist es grad Tag? Ich glaub es ist grad Tag. Keine Ahnung, ich hab hier grad in irgendeinen Ofen hab ich gerade Zeug reingepackt zum... Boah. Alter, diese gerüsteten Archer, ne? So. Der Chicken. Ich mach hier grad ein bisschen Chicken, ne? Dann kannst du noch ein bisschen mehr braten. Ich mach mal den Thronsaal leer. Alter, wo kommt ihr denn her? Das steht auch im Spawner von euch, wenn ihr Mistkerde. Glaubet ja nicht. Level 45. Ich muss dringend wieder verzaubern. Hau ihn. Hau ihn. Hau ihn. Bam, bam, bam. Hau ihn kaputt. Also kein Nahkampfwaffe. Äh, doch. Hier. Däger. Au. Wurde mit einem Pfeil getroffen. Alter, da hinten sind ja auch nochmal welche. Komm in die Ecke du Arsch. Au. Der hat n Tür. Der erste Diamanttyp, der sieht aus wie der Boss. Was? Ähm, das sind ein paar Pfeile hier. Ich hab nen Potion of Strange. Oh Mensch. Oh. Oh. Was hast'n du da jetzt rausgeholt? Diamanttyp ist tot. Da hinten kommen noch zwei. Verbrenne. Jetzt stirbst du. Äh. Ich mach dem gar keinen Schaden. Zünd den mal an. Schon wegen seinem Schild. Perfekt. Anzünden ist gut. Hier ist der Thron gewesen. Wurde. Wow. Gleich der Healer in die Ecke. Lol, da oben hielt sich jemand. Da oben hielt sich jemand. Das ist aber frech. Ich hab Lockback drauf. Das De-Enchant ich mir jetzt gleich mal. Alles soll brennen. Oh, hier ist mein Thron. Ah. Burn to die. Ich bräuchte langsam was zu futtern. Ja. Warte hier komm her. Runter. Ich hab'n Walker Ninja. Haha. Ich hab dir da mal ein paar gebratene Hähnchen auf den Bögen geschmissen. Hör mal. Lecker Brathauern. Warte Hähnchen. Ich hab keine bekommen. Ah da hinten in der Ecke. Viele Dings hier stehen ne. Ich glaub ich hab ja noch Schweinchen hinten. Ne Kuhhähnchen. Ich hab ein Bett. Ich hab ein Bett. Aber es ist bestimmt Tag. Ja klar. Du hast die ganze Nacht durchgearbeitet. Mal der Fable mit dir. Wir waren wenigstens ne Minute im Bett. Alles bitte. Wir konnten zwar nicht schlafen aber. Ja ihr dachtet halt zu viel an mich. Und wenn man an mich denkt dann kann man nicht schlafen. Dann ist man einfach viel zu aufgeregt. Wo ist noch ein Engang? Wir sind doch noch lange nicht fertig. Ja ich hab da noch mal geschaut ob ich da noch was finde. Ballast ist immer viel zu abgelenkt. Ja. Ich äh ich äh. Ich äh. Ich äh. Ich hab auf deinen sexy Hintern gestarrt. Ja ja bitte. Hier gibt's irgendwie Redstone Leitung. Ist ne Redstone Leitung. Ist bestimmt ne Falle. Ich folge der einfach mal dahin. Ne Badass Spinne. Folge der roten Spur. Hallo. Hallo. Geh in die andere Richtung. Living Metal ist nicht besser als Diamant oder? Es. Ich hab's mal gehört aber ich hab. Ich denk nicht. Weil ich hab hier ne Living Metal Axt gegen ne Diamant Axt. Oh. Ich nehm die Living Metal Axt. Haha. Die hat nämlich Unbreaking drauf. Halt warte da. Schalt da. Ah. Ich hab nen Creeper gefunden. Ich hab nen Creeper gefunden. Ah. Lichtschalter. Licht. Es fährt ja Licht. Drei Hit. Dreck ich brauch wieder einen. Oh die Sä bugenschätzen. Alter ich bin grade auf'm Innenhof. Hier ist mega viel los. Ist auch irgendwo. Auch einen Creeper an uns solchen Viechern. Alter schieß mein Durmant? Junge viele Viecher spawnen denn hier. Ich hab hier das Turmschlagzimmer gefunden. Schön. Oh, ich hab nur ein Herz, fuck. Ich hab nur ein halbes Herz. Tja, wenn du nicht mit uns mitkommst. Kannst du dich mal drum kümmern? Ich muss gerade mal ein bisschen was in meine Rucksäcke einlagern. Achte mal auf meinen Rücken, ne? Mach ich. Schau ich doch gern drauf. Lass auf meinen Arsch auf, Junge. Jo, äh, die Kohle behalten wir mal da, so, dass... Ich lage einfach mal alles, was ich meiner Meinung nach nicht brauche im Rucksack ein, ne? Das ist ne schlaue Idee. Alter, nicht verzieh mich hier mal, weil alleine mit zwei Herzen... Ein halber... Und tot. Nein! Du hast keine Ahnung, wo du bist. Ja, ich auch nicht. Wesen sein solltest. Ja, wer ist denn noch einmal? Ey, Schuhe. Was, ein Schild? Wo kann ich denn ein Schild ausrüsten? 47 Level! Wenn du das einfach nur mit dir die Inventarleiste machst und dann mit einem Schwert blockst, dann blockt er mit dem Schild. Okay. Entschuldigung, darf ich hier die Betten abreißen? Ne, ma, als... Keine Betten. So, wo seid ihr denn? Oh, lol, in einem völlig neuen Gebiet. Neu? Nein, ich hatte so viel Zeug. Warte, ich muss mal gucken, wo meins ist. So. Wer mag uns verzaubern? Hallo, ich brauche hier Hilfe. Ich habe dir mal angezündet, die Jungs. Ich habe keine Waffe. So. Auwein. Riechen in Ruhe. Schein mal, wo bin ich denn jetzt? Nein, greift ihn an, nicht mich. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich muss mal eben was gucken. Also, wer verzaubern will, ich habe da gerade einen Verzauberungstisch hingeschrieben, ne? Ja, jetzt... Wo geht's raus? Jetzt cheater da. Nein, ich muss nur gucken, ob das da ist. Mach dir denn genau. Ich muss nur gucken, ob es da ist. Es müsste theoretisch gar nicht so weit weg von euch sein. Hier steht übrigens Portal, ne? Habt ihr schon gesehen? Portal? Portal. Sieht aus wie ein Portal. Ist... Ah, nein, das ist so ein... Oh, nein, geht da nicht rein. Das ist ein Metro-Eingang. Da. Metro-Eingang? Ja, Metro-Eingang. Wieso bin ich denn immer noch Level 23? Warte, fuck. Ist das das? Da ist was. Kohle. Ja, Kohle. Gold. Wir brauchen mehr Level. Oh, ich hätte Looting raus. Hallo, wie seid ihr? Hey, ich hab's Schlafzimmer gefunden. Ein Eisenschild. Nein, ich brauch mehr Level. Was, ein Gilded Diamond Shield. Ich hoffe, du schaffst es da oben jetzt erstmal ein bisschen alleine. Hey, Chicken. I just met you. Was, Scroll of Escape? Damit kannst du dich irgendwie zu deinem Spawnpoint teleportieren. Es ist ganz nützlich. Ich nehm dir einfach mal mit. Oh, Bücher, Regale ohne Ende. Hier können wir später verzaubern. Richtig schön. Wo kommt ihr alle her? Und ihr hier etwa? Oh, ich hab meinen KS-Dev gar nicht drin. Ach, Loil, man sieht euch ja sogar auf der Map. Das fällt mir aber jetzt auf. Was? Ihr werdet mir auf der Map angezeigt. Wie das? Echt? Ja, also ich seh euch ja als rote Punkte am Ende der Map. Au. Könnt ihr mich auch sehen? Als roten Punkt irgendwo? Bö. Wie weit hast du da irgendwo? Gar nicht weit. Also, keine Ahnung, mach ich das mit N? Ich bin auch auf der Normalsicht. Also auf der die Standard eingestellt ist. Ich seh irgendwie nix. Nein, ich seh euch ja nicht auf der Karte, sondern ich seh euch nur ganz am Rand, so als würdet ihr erst dann ins Bild kommen. Weißt du, so wie einem oftmals, wenn man eine Mission macht, so angezeigt wird, wo man hin soll. Ungefähr. Ja, genau. Da so in die Richtung. Na, toll. Siehst mich nicht in den Rücken, du Arsch. Au. Stopp. Ähm, ich glaub, ich mach das so. Komm mal her. Was denn? Yay, Heilung. Danke. Warte, magst du Granaten? Was, Granaten? Granaten? Ja, Granaten. Spam gleich die Granaten. Ach, Leute, ihr seid in die völlig andere Richtung gelaufen. Wir? Wir waren schon die ganze Zeit hier. Du bist in die andere Richtung gelaufen. Warte mal eben. Wo werden mir denn die roten Punkte angezeigt? Was ist denn das? Ach, das sind die Homes. Ich wollte mich schon wundern. Ich dachte, so weit wäre das doch jetzt gerade gar nicht gewesen. Aber das waren die Homes, die da... Ja, da hatten wir bisher nichts, die Idee ich hab. Okay. Ich hab die noch nicht mal getestet. Das sind doch eigentlich nur Tränke, ne? Die dann halt Effekt haben. Ja, Wurftränke, wenn das so was ist. Da vorne ist irgendwie ein Spanner oder sowas. Achso, das ist einer, wo einer nur raus spott. Jo, Achtung, von der Seite greift die gleich ein an. Den übernehme ich. Alles klar. Du passt auf meine Seite auf. Ich hab Fallen abgefangen. Ich mach dem einen Schaden pro Schlag, ne? Das ist... Ich bin voll Ultra. Ich schubs den einfach runter. Stirb! Oh, hey. Stirb, hab ich gesagt. Das heißt, man muss runterfallen. Der kriegt keinen Fallschaden. Ich hab einen Einwischen und einen Strang-Trank. Funktioniert eigentlich ein Living Metal-X genauso wie eine Diamant-Axe? Also auch bei Boy, meine ich. Denk schon. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich hab keine Ahnung. Ich brauch unbedingt wieder Schuhe, fällt mir gerade ein. Ach, da hat er sein Zeug wieder. Der Cheater. Ja, ja. Geht doch durch Eingang. Nein. Nein. Eingang ist zu einfach. Eingang kann jeder. Eben. Der Skill liegt darin, dass man sich einen Eingang gräbt in Minecraft. Batsch. Und da war alles zerstört. Wir salbern gerade die Bogenmauer, ne? Ist gut. Ich helfe. Ich geh mal zum Ofen und hol mal das Steak raus. Und weiß rein. Mach das. Ich salber die Bogenmauer. Es steht sowieso nur einer drauf. Das bin ich. Falls du mich hier hinten meinst. Hast du einen Bogen? Ja, ich hab einen Bogen, aber nicht in der Hand. Schießt du auf mich? Nein, das, dann bin ich's nicht. Da musst du mich verwechseln. Da musst du mich unbedingt verwechseln. Ja, das will ich ja niemals tun. Moinsen, so sieht man sich wieder. Oh, ich würd' ich grad richtig hart. Heftig. Hau, ne. Nein, hau, ne. Ich dachte schon was anderes. Richtig hart. Es rappelt in der Kiste. Äh, der geht eigentlich anders. Wie kommt man hier hoch? Ich bin da. Weiß ich's nicht. Bam. Insta-Kill. Da oben ist noch ein Goldi. Da ist noch ein Goldi. Da ist noch ein Goldi. Stirb. Stirb. Ja, ich bin da oben. Na, Klauer. Ich bin ein Killstealer. Stirb. Und da oben ist noch ein Goldi. Dann befszischst diversion. Ach, ich bin da oben. 支持 uns auch ein. Looksgar ja weiter. racialisch. Da oben. Entweder oben. give'n mich einике Vous. Ich bin da oben. Ich bin da oben.